Seine Gegner sind zahlreich und erbarmungslos, aber er nimmt jede Herausforderung an. Der Pirat von Shantung. Dir zählt nur das Geld, mein Freund. Nimm, was du kriegen kannst. Das ist Unrecht. Was heißt das schon? Jeder ist sich selbst der Nächste. Der Pirat von Shantung. In einem gnadenlosen Kampf gegen die Unterwelt von Shanghai. In den Hauptrollen Chen Kuantai, der härteste Action-Darsteller Asiens als der Pirat. Und David Chang, der größte Star des Eastern-Films, als sein Freund und Kampfgefährte. Der Pirat von Shantung. Gegen das wirbelnde Inferno seiner Fäuste sind selbst Messer und Äxte machtlos. Der Pirat von Shantung. Den holen wir uns. Los. Hart, spannend, mitreißend. Ein Action-Abenteuer der Spitzenklasse. Der Pirat von Shantung. Der Pirat von Jerusalem.